Hände hoch, Ohren auf, es ist was Tolles passiert. Ich durfte Gentleman fotografieren und zwar für meine Aktion, für Mathilda, damit sie zu den Delfinen gehen kann und eine Delfin-Therapie machen kann. Und es war ganz einfach. Ich habe einfach nur nachgefragt. Ich habe sofort eine Zusage bekommen und das wurde gern gemacht. Und ich danke einfach dafür, Ben und Rolf und Gentleman und allen drumherum, dass es so einfach ist. Und Gentleman hat mich noch motiviert, weiterzumachen. Und hier kommen gleich noch ein paar Worte von ihm. Dankeschön für die Unterstützung. Es tut echt gut. Und es hilft einfach nicht nur der Mathilda weiter, sondern auch allen anderen, die sie unterstützen, dass man wirklich merkt, es entsteht eine Gemeinschaft, die einfach nur helfen will. Und das ist toll. Vielen Dank dafür. Mathilda, es ist passiert. Vielen Dank für's Zuschauen.